aber ich hatte keinen bock dazu jollo was zischt denn hier immer so alter zischt 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 hallo enderman hallo ja lass mich doch mal in ruhe sexy alter drei creeper hintereinander kann auch sein dass das so laut ist normalerweise natürlich nicht naja kommen hier hat sind los noch mit super gespräche hatte ich einfach doch krank bin das glaube ich ganze zeit dumm scheiße ja sonst habe ich ja immer scheiße das ist standard bei dir heute irgendwie weiß nicht stinkt ich habe nichts mehr zu essen du scheiße soll wieder ein paar kartoffeln machen ja cool kartoffeln hast du das früher gar nicht mal gesehen gehabt was das gamestar projektor nein dieses trust and betray nein betrauen und verrat habe ich nicht das ist nicht schlecht die sind fast 40 leute okay und haben zwei teams ja und mein kopf oder wie oder was attack of the b team okay ja ich meine das hatte so schon mal irgendwas gesagt aber ich habe mich nicht mehr daran erinnert nein da gibt es eine regel es gibt auch ein grünes team da können dann rot und blau zusammen aufnehmen aber dann wie gesagt in den grünen team und dann können die von ihren eigenen leuten angegriffen werden ach du scheiße das ist aber voll interessant das war ein bisschen komisch oder nicht ich weiß ja gar nicht wie man es regeln sollte wieso ja ich weiß ja nicht wie die das regeln mit den teams ob sie dafür Namen ob die die Namen dann in bestimmten Farben machen oder sowas du willst doch in Farben dann das ist doch so geregelt dass die Spieler die jeweiligen Farben haben ja aber wenn die ja grüne haben wie soll das denn möglich werden kann man das mit dem Kommandoblock vorher auswählen ok das ist bei ähm die mods da kannst du ja auch plugins mit einfügen bei die modpacks ja das ist schon klar du dafür brauchst du nur ein extra mod oder irgendwas extra ist heute bei euch scheißtach oder lass mich doch mal in ruhe ich sterb gleich wirklich hallo hallo monster 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 okay schon wieder auf Pfeil im Arsch ich will nicht sterben bauer 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 aua das ist Freddy muss bauen ich wollte eigentlich nicht aua sagen aber da hab ich bauer irgendwie gesagt oder Freddy muss bauen willst du ich bekleid doch ich bekleid doch bitte 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 schnell unter wasser schnell weg hier ouch das vier hat mich trotzdem getroffen ehrlich oh ja die witches sind gemeine alter boah die skelette kommen natürlich hinterher sich es lohne dir du soll doch sterben denn nennen 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 nein dinennennen nennen 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 nennenn ich hab noch ein Was zählst du für Kacke da? Ach da, ich tu nur Fackeln auf den Weg verteilen. Achso. Bowitch, Hop. Deine scheiß Tränke, nein, die kannst du dir sonst wo hinschieben. Du magst das doch. Nein, ich mag das nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum die nicht stirbt, die Alte. Mhm. Und dann spuckt die auch so ne scheiß Items so aus. Oh, die ist noch nie mal lohnt. Ja. Ach, wir haben es gleich. Eins, zwei, drei. Move, move. Move, pop, pop, move. Dipp, 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 dipp. Komm mal zu mir. Dipp, 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 dipp. Farek. Pong. Pong, plong. Gangplong. For my dark. Wo ist schon dark. Ja gesagt. Ja, sind wir noch geil. die auch schon okay hühnchen kommt eigentlich ein bisschen auf die nerven das liegt auch an der grafikkarte das weiß ich natürlich auch nicht so ausrastet massenweise stack glas ist aber ich weiß nicht was machen soll euch denn hier kann ich das mal reinschmeißen hier bestimmt ey verarsch mich nicht lass mich in ruhe du mobst mich doch hoch und ein gehudi wirst du die nur scheiße die springt einfach runter zu den kühnen rein also kühe werden schon mehr na noch welche was wieder an die bug switch war ja dass man so machen soll wie sepp das mit den kühen gemacht hat wo die kleinen durchfallen nach unten enthäte fahrtkette muss einfach drunter her graben ist nicht so schlimm aber wenn kühler sind ist das scheiße mit den zäunen verlegen das geht und dann machst du halt zwei reihen darunter hast die eine reihe drunter zäune und baust ihnen die reihe ab wo die kühe drinnen äh draufstehen gut dann rutscht die eine runter aber das ist egal was das ist kakakak wir haben schon wieder winter ja hey kennst du was denn nö nö warum sollte ich auch warum warum darum warum darum was für ne aussage jawoll darum sag doch gleich weil halt deswegen weil halt du dumm warum ich dumm warum ich bin krank und dumm nein ich bin krank und dumm du mobst mich mobb dich nicht oh doch du mobst mich so ab in die höhe ich hab lieber kohle mehr mit den spitzen komm ich auch nicht mehr fast aus hab ich da noch welche nachdem nachdem den spitzen aber du 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 ich tan p na da stých städte stest stecklich schicks kohle wir müssen mal gucken welche leute zunehmen mich ja mich ja nicht dich aber mich das nicht dabei sein das wollte die zuschauer die wollen mich nicht doch mich wohl ein besonderes mich besonderst du dich nicht oh doch oh nein oh doch oh nein glaub mir doch ich hab gedacht alter ich klatsche jetzt voll auf dem boden aber hat gepasst so haben wir noch irgendwelche oder um es eisen ja cool ach komm er kann sich auf einmal vernünftig berlin was falsch falsch mit dir gelaufen ich weiß es doch du hast mich heute nicht gar nicht würde ich nie machen nein 105 läuft bei dir alter sich gecheckt jacks eigentlich weiß was du damit meint ach komm was ich ja in der diskussion geschrieben ab naja ich weiß du wolltest mit mir diskutieren willst du mit mir diskutieren ne mit dir nicht kein bock kein bock nein ich muss husten nein ich will nicht husten Gotten naja kurfen kohe den scheißer kohle 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 Koh le Coe kohle 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 Koh le Khole Kurm appli die kann schon wieder nach bei mir QuSee an Dann brauche ich nur noch 3 Level Jey, wofür? Damit ich wieder Level 30 bin Achso Wie viel nach noch? Weil ich schon wieder übertreibe Ja, du doch nicht Ja, einfach Kohle suchen, die Kohle 2 Stacks so behalten ungefähr und den Reststack einfach mal in irgendwas rein verbraten Hm So bescheuert Ach warum? Warum? Mach halt da rum Jetzt ernsthaft? Der Köter? Ja Hörst du den? Nö Aber zumindest TS blinkt immer auf Wenn der Bell brauche ich auch noch über das Fenster zu Ja, mach das Jetzt gehört sie einmal laut Jetzt hab ich die gehört Voll ernsthaft Da ist er Hörst du den Britton